Das Buch Regenbogen-Lieder bietet eine neue Methodologie für das Erlernen der Musik. Die Methodologie verbindet die sieben Farben des Regenbogens mit den sieben musikalischen Noten. Man kann mit Instrumenten spielen, die auf dem Markt zu finden sind, oder mit einer Anwendung, die online zur Verfügung steht. Das Buch enthält 20 deutsche Kinder- und Volkslieder und zwei Seiten der bunten Aufklebern, die man auf das Instrument kleben kann. Ihr könnt euch kostenlos die Melodien des Buchs von der Webseite www.joankapafons.com herunterladen.